Herzlich begrüßen! Ihr seid nämlich heute und in den nächsten zwölf Monaten die Hauptperson bei unserem Leseprojekt. Und ihr sollt alle zusammen mit allen anderen Schulen so viele Bücher lesen, dass wenn wir sie übereinander stapeln könnten, dieser Bücherturm so hoch wird wie die Kugel Barke. Oder noch größer. Eine Klasse, die in dem Verlauf des Projekts mal ausgelost wird, weil sie am meisten in dem Monat gelesen hat, darf die ganze Klasse ein Vormittag ins Ahoi! Vielen Dank! Ich bin mit der Startveranstaltung sehr, sehr zufrieden. Sie ist viel dynamischer und freundlicher verlaufen, als ich mir das ursprünglich gedacht habe. Und wenn die Kinder das ganze Jahr jetzt so lesen, wie sie heute mit Enthusiasmus dabei gewesen sind und das auch mitnehmen, glaube ich, führt dieses Projekt einen vollen Erfolg und dann hat sich die ganze Vorbereitung und die Arbeit gelohnt. Ich wünsche Ihnen jedenfalls viel Spaß beim Lesen!